Hallo Freunde der Nacht, willkommen zurück bei Deponia. Warum sehen wir diesen Intro-Bildschirm? Ich möchte euch auf links unten verweisen. 1.15 und meine Bart geht schon wieder ins Scheiß-Mikro. Ja, das wollte ich euch nur zeigen. Ich habe hier jetzt mal das aktuelle Update reingespielt, an dem seit Februar dran gearbeitet wurde. Ende, endlich. Ich glaube aber auch Deponia steht jetzt endgültig auf Steam und dafür wollten sie es wohl raushauen. Deswegen sind auch die Patch-Notes auf Englisch. Scheißegal, wir spielen weiter. Droggelbecher! Kaffeekasse. Und alles hängt wieder. Ich habe jetzt schon, das wäre das dritte Video in Folge, das abkackt. Nein. So, also wieder Horizont hatten wir, ne? Wir haben keine Ahnung. Und ich bin in mich gegangen. Was hat der alte Mann gemacht? Ein Bein hinter den Kopf genommen. Und wir haben ein Bein. Und das will ich jetzt... So. Hallo? Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Genau. Kann ich ein bisschen leiser machen hier. Schon arg laut. So. Und jetzt schauen wir nochmal den Horizont an. Bein hinterm Kopf. Check. Check. Horizont fixieren. Check. Check. Und los. Ab die Post. Ich bin ein... Ein... Ein Mulub. Ein Mumpi. Ein Mutsumi. Und ein Mumeo. Mist. Dann hatte das doch irgendwas mit diesen... Äh... Mulub. Ich bin ein Mullub. Yeah. Ich bin schon viel ruhiger. Jieeha. Hä? Warum zittert mein Bein denn so? Ich bin doch ein Mullub. Hm. Vielleicht war das doch nicht richtig. Oh nee, oder? Dann gehen wir mal zur Tunnelpassage. Dann müssen wir uns mal anschauen, wie der auf das Wort kommt. Komm. Ja, komm. Chill mal. So. Ich hoffe auch durch den Patch wird jetzt... Gibt es jetzt keine Abstürze mehr. Steht zumindest dabei. So, du zeigst uns jetzt das nochmal. Wir machen das. Das ist doch Schrott, hä? Ja, ja, ja. Hallo. Hm? Hallo. Ja, komm. Schnell. Äh... Blum, blum, blum. Äh... Mama. Oh, dieses Geräusch jedes Mal. So, hier ist Horizont. So, und jetzt... Zuhören. Ein blauer Mast. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich... Ähm... Oh, äh... Ich bin ja schon ganz vertranst. Blau. Blau. Blau, gelb und unten rot. Das, 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 das probieren wir jetzt. Äh... Hier. So, mein Freund. Und... Ja. Ja. Ich... So, blau, rot irgendwo, also Ding müsste 1, 2, 3, M-U-M, jetzt müssen wir erstmal, M-U ist auf jeden Fall immer richtig, hier ist ein U, da ist ein U, M-U-B, das ist ein B, Mub gibt's nicht und bleibt eigentlich nur M-U-M, Mumeo oder Mumpi, nehmen wir Mumpi, weil M-U-M und dann hat er nicht mehr weiter gewusst, oder, mhm, na gut, Mumpi, M-U-M-Pi, M-U-M, und nun, ein Schluck von der Pulle, ja, und ich glaube, es funktioniert, zumindest meine Puppe zum Gang holen, auf, nix, ja, toller Jahrgang, alter, das hat wohl auch Toni gemacht, wo wir sind, oder, j taşzt, siehst, SEEGovits, was unsere Kino, UFOs, ganz großes Kino, mir gefällt übrigens die Blume hier oben, gut, können wir jetzt endlich verzupfen so nach oben und rein in unseren karren lasse doch und zeit komm rein da so nach oben wir müssen nach oben na gut fahren wir einfach nochmal durch dass wir können das muss aufwand gewesen sein für diese eine sekunde die ganze sequenz noch mal machen und nach oben du bringst ganz schön was auf die waage mädel und ich dachte du hättest dich extra schwer gemacht als ich dich vorhin den hang hochgeschleift habe aber egal die kontrollen sind frei und ich habe einen schaltplan das sollte ein selbstgänger werden ich habe die hoffnung dass sie alles mithört und am ende wenn sie irgendwann aufwacht ihm das alles heim zahlen wird jeden gebrochenen knochen den sie sich gerade eingefangen hat so können wir auch los einfach was haben wir denn hier schalter schiebende schalter und alles klar wenn er schon wieder mit ah ja ja wo sind wir scheißegal fahren wir mal los dring ding 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 jetzt die Frage. Ich gehe mal davon aus, dass wir nach unten wollen. Nach ganz unten. Also wir sind hier rein und hier wieder raus. Genau. Und wir wollen da unten rinne. Oder? Also im Prinzip eigentlich nur flupp, flupp. Nimm mal, nimm mal. Das sei ja schön, jetzt können wir das nochmal machen. Ah. Gerade ist so. So, dann. Gibt es hier einen Crash oder so? Ah. Nimm mal so. Runter. Der fährt dann in die Richtung, oder? Und nach oben. So. 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 Schauen wir einfach mal. Miau. Oh. Oh. Das verwirrt mich. Wir sind jetzt zu. Oh. Oh. Hm. So. Wir fahren nach unten. Wir fahren nach unten. Wir fahren nach unten. Wir fahren geradeaus. hoff' ich. Da anscheinend gar nichts. Nichts, nichts. Ich geh mal davon aus, oder? Ja. Aha. Ja. Nein. Verdammt. Was ist schief gelaufen? Hier, die Kontrolltafel. Irgendwas hier ist passiert. Das muss... Jetzt. Größtenteils ist das jetzt ein Trial and Error, weil ich die Schalltafel scheiße finde. Um ehrlich zu sein. Ich check's nicht. Geradeaus. Runter. Ah, das ist jetzt wieder dieser Dreher dann. So. Geradeaus. Geradeaus. Wir fahren hier hin. So. Dann dreht er sich ja auch hier im Kreis, oder? Keine Ahnung. Sagen wir mal, er fährt weiter. So. So. Hm? Äh, mach mal. Ich will mal sehen, wo wir rauskommen. Auf dem besten Weg zurück. Uff. Ach, ist hier auch noch was? Oh, Mann. Dann gehen wir mal zurück zu dem, wo wir es fast hatten. Und zwar so. Das war hier, wo sich dann hier was getan hat. Dann. Mach mal das. Äh, so. Jetzt aber. Da ist nämlich jetzt ein Grün. Nein. Warum? Kann man das überspringen? Nein. Okay. Und wenn ich... Das. Aber warum... Warum will er... Warum hat er sich gedreht? Das war ja doof. Probieren wir es jetzt nochmal. Ich schaff das. Nein. Nein. Nicht schon wieder. Nein. Nicht schon wieder. So. Irgendwie hatten wir es fast. Das stimmt. Was machen wir hier mit? So vielleicht? Nein. Oder? Nee. Schlecht. Ich bin einfach nur verwirrt. Ah, man kann das sogar überspringen. Zum Schluss dieses Videos. So, machen wir mal so. Schauen wir mal jetzt. Ich versteife mich jetzt mit den Hebeln auf das hier. Weil das scheint zu funktionieren. Und wieder so. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich will ja... Die Übersicht... Mit der kann ich nichts anfangen. Mit dem da drin kann ich was anfangen. So. Hatten wir das schon. Scheiße. Ja, ist okay. Komm. Fahr weiter. Das zweite hier kackt ab. So. Jetzt vielleicht? Oder? Nee, da ist grün da oben. So. So. In der Hoffnung so. Schauen wir mal. So, dann düsen wir in diese Richtung. Das war ja ein kurzer Ausflug. Mann. Was ist... Was ist... So, jetzt hoch, hoch, hoch. Zurück. Äh... Keine Ahnung. Hier. 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 Das bringt uns auch wieder zurück. Haben wir irgendwo dazwischen... Ich würde ja gerne... Ah, Mist. So. Das wäre jetzt natürlich Knorkel. Vielleicht kommen wir so hin, wie ich will. Nein. Weil ich da oben wieder was übersehen habe. Halt! Das schien tatsächlich korrekt. Auf irgendeine... Fast. Die zweite fehlt noch. Die zweite ist falsch. Die zweite hier. Das ist des da. Oder? Schauen wir mal jetzt. Was sagst du nun, Schätzchen? Ja! 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 Oh, Rufus. Du bist wirklich der Größte. Wie wahr, wie wahr. Aber wenn dir das schon gefallen hat, dann pass mal auf. Warum tut das Spiel das? Es stürzt immer und immer wieder ab. Das kann doch nicht an meiner Festplatte liegen. Naja. Also, wir hatten das gerade gelöst. Wenn ihr das nicht gesehen habt, ist irgendwie da schon ein Problem mit der Aufnahme gewesen. Deswegen überspringen wir das jetzt. Ja, wir wollen das überspringen. Wir hatten das schon gelöst. Und weg! Schau mal, die Gleise sind noch ganz warm. Was? Hast du etwa schon eins von diesen neuen Infrarotvisieren bekommen? Ähm, nein. Nö. Mein Bart so nah schlägt Alarm. Die haben alle die gleiche Stimme. Sie müssen ganz in der Nähe sein. Dann schicke ich mal schnell ein Helmfax an den Amtmann. Ihr verarscht mich, stimmt's? Ruhe grad mal. Mein Schulterseismograph schlägt aus. Stimmt. Ich messe auch etwas. Ähm. Jungs. Seltsam. Laut meinem Schuhsohlenbarometer ist der Bodenruck unverändert. Mein Sockenspektrometer rechnet noch. Jungs. Es kann schon mal kein Erdbeben sein. Warte. Mein Kniescheiben-Ultraschall registriert seltsame Laute von... Und weg. Ha! 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 Ich lebe noch. Ah! So schnell kriegt man mich nicht klein. Ba-da-ba! Man nennt ihn Rufus. Ba-da-ba-ba! Ba-da-ba! Man nennt ihn Rufus. Ba-ba-ba-ba! Rufus. Rufus. Ba-da-ba! Boah! Und was für ein Ausblick. Die untere Aufstiegsstation. Ich habe es mal wieder geschafft. Siehst du das? Ich hab es... Upsi. Ich sollte dich wohl lieber irgendwo hinbringen, wo du es gemütlicher hast, hm? Gott sei Dank geht es von hier aus nur noch bergab. Na? Willst du lieber langweilig getragen werden? Oder die viel lustigere, schnelle Variante? Ja! Musik! Historiker streiten, was wohl auf den Seiten? Geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war es ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen. Von der Belohnung mal abgesehen, doch jetzt heißt es HUSSA auf gutes Gelingen. HUSSA auf gutes Gelingen. Hier liegst du erst einmal sicher. Jetzt muss nur noch dein Verlobter auftauchen. Ach, dieser Cletus ist ein echter Glückspilz. Ich hoffe, er hält sein Versprechen. So, und jetzt heißt es warten. Am besten suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms. Von da aus hätte ich den perfekten Überblick. Okay, nachdem hier alles aufnahmetechnisch den Bach runtergeht, verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Bis ein Auge. Bis dann, Leute. Bis dann.